Zweiter Tipp. Was können wir noch zocken am Wochenende? Wir hatten Vorschläge. Es kann auch was uraltes sein, scheißegal. Ich spiele immer Angry Pirate. Das ist die Olle von hinten ficken, die auf den Rücken spucken. Dann aber so tun, als würde man kommen. Dann dreht sie sich um und wichst ihr ins Auge und tritt ihr ins Schienbein. Angry Pirate. Das ist so ähnlich wie Tittenfick antäuschen und auf den Bauch kann. Aber Angry Pirate ist noch ein bisschen krasser. Die sind ins Auge wichsen und Schienbeine kaputt treten. Also so, dass es auch gebrochen ist. Wo spielt man das? Das spielt man bei mir zu Hause. Jedes Wochenende. Oder auf Tour spiele ich es auch öfter mal. Wenn die Frau danach nur noch einäugig sieht und nur humpelt, dann ist sie der Angry Pirate. Und sie ist natürlich auch dementsprechend wütend. Weil so ein gebrochenes Schienbein ist ja... Aber sie erwischt dich ja nicht, weil sie kann ja nicht richtig laufen und sieht nichts und rennt gegen Möbel. Und wenn nicht, dann schlage ich sie richtig. Angry Pirate. Okay.